Ich habe übrigens noch eine interessante Nebeninfo was es angeht, ne? Es gibt offenbar in China, in Krankenhäusern, professionelle Trotz-Sieger. Die stellen sich wirklich hin und riechen an deinem Brot und können uns angeblich erkennen, ob du eine Krankheit hast. Okay, selbstverständlich. Oh Gott, ich überlässt mich. Speckvoll. Ich pack dich nicht. Ich kann aber... Wir hatten nur jetzt zu wenig. Ja, Darks macht vielleicht schon doch ein bisschen mehr Spaß. Ey, ich krieg nur mein Ziel, dann machen wir alles. Ja, klein. Oh Gott, wir sind in der Assassin-Rotte. Wir sollten mal nach oben. Ja, bin schon dabei. Gut. Ja, du bist so klein, man tut nicht. Ich bin nicht an der Assassin-Rotte. Ich bin nicht an der Assassin-Rotte. Ich bin nicht an der Assassin-Rotte. Ich hab grad eine Rotte an dir dran. Ja, ich hab noch nicht an die Sonne von mir. Ich hab noch nicht an die Sonne von mir. Ich bin nicht an der Assassin-Rotte. Ich bin nicht an der Assassin-Rotte. Ich bin nicht an der Assassin-Rotte. Ja, das ist sein. Ich bin nicht an dem Assassin-Rotte. Die Mark hat sich ausgerufen. Die Mark ist in der Assassin-Rotte. Oh Gott, ich bin nicht an der Assassin-Rotte. Oh, direkt mit den Bein geh. Noch zweimal, dann! Oh! Ich kann einfach nur mit den Schitzeln in den Fett. Dreck den Kahn! Das ist so schlecht, ne? Das ist so schlecht. Ich weiß, aber es ist ein cooler Name dafür. Ja, okay. Das ist echt nicht so einfach zu ziehen mit den Kahn. Ey, aber wir können auch ständig mutig sein. Ich werde sterben! Einfach weitermachen. Ja, ich habe gerade kurz meine Knarrenfolge. Ja, ich habe einen Kahn. Schuss! Denny, du kennst das ja auch aus Schulen warst, ne? Du schenkst dir aber gerade gay Tränke an. Oh, echt jetzt. Hier hast du übrigens noch mal einen Trank, ne? Der hat uns auch eingeträgt, wenn sie weiter... Du kannst doch noch mal einen. Ja! Ja! Haken, 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 wir dran! Was? Er hat sich anledigt, die beiden anderen haben in Abschluss. Oh Gott, die C5! Hilfe! Wo bist du denn gerade? Oh Gott! Oh Gott! Ich bin gerade drin! Kennen die andere Richtung! Helft mir doch hoch! Ja, ich hab dich wieder gut zusammengekommen! Hey! Hey! Haken, Haken, Haken! Ich hab die Schuhratte unten rausgegen, Haken! Ich versuch mich irgendwie durchzuklipst, wenn sie einfach bei mir aufhören. Hey! 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 Oh Gott! Hey! 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 Wir haben ja mal wieder... Keiner kam! Mein Interessant! Alter! Wofür kannst du denn auf der Karte blicken? Ich hab grad' ihm gesagt, ich war immer so schnell unterwegs, um ihr die Tränke zu holen! Und du lässt've? Ja, da ist ja scheißegal, was mit mir passiert. Ja? Volltrottel, ey. Oh nein. Medical Supplies! Hier jetzt, äh. Ah, hab noch was. Kommen wir den Rat, machen wir kurzen Prozess. Nein, Hilfe! Ich werde entführt! Hilfe! Hilfe! Oh! Legionäre Kroate! Woah! Oh! Okay, Alter, was hat er das denn gemacht? Die Bombe! Abdäuschen, ne? Oh! Oh, die sind schon weg! Au! Assassinenratte! Habt ihr schon gesehen? Alter ist... Schnell! Ey! Und die konnte teleporten. Das ist echt geil irgendwie, ne? Und Leads in the Shadows! Ja, immer Desasters. Sie kommt! Sie ist auf mir drauf! Gern geschehen! Danke! Gern geschehen! Danke! Boah, Alter! Der ist gut, zieht sich aus! Boah, Alter! Der ist gut, zieht sich aus! Nice! Die Shreddinger! Oh, oh, oh! Ich hab's mitbezogen! Die Shreddinger! Die Shreddinger! Die Shreddinger! Die Shreddinger! Ja! Ja! Munilaga! Wo ist das? Munilaga? Das ist auch gerade drin. Hier ist eine Assas-Ratte. Sie kommt vorne. Hilfe! Es geht am Boden. Es geht am Boden.